Es ist halb zehn, am Praia do Castello, am achten Tag des Juni. Mich hat es noch mal hinausgezogen. Diese Wochen haben die Weinhähnchen ihren Gesang aufgenommen. Andernorts zeige ich ein Bild von diesen wunderschönen Geradflügler-Insekten. Hier mögen sie einfach durch ihren wunderhübschen Gesang für sich sprechen. Und dann hier mögen sie einfach durch ihre Zeigungen stellen. Natürlich gehört auch der Rothals-Ziegenmelker zu dieser Geräuschkulisse dazu, wie auch ein sanftes Windrauschen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.